Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Ah, geprankt! Ne, hier sind der Nugget und der... ...Skulieren und wir machen heute hier Vertretungsrunde für Zero, weil der keine Zeit hat. Oder was ist keine Zeit? Er ist anlassweitig beschäftigt, nennen wir es so. Und wir haben uns gedacht, wir machen mal eine kleine Runde Worms, weil es ja letztens mal bei Regi so gut angekommen ist. Und wir uns gedacht haben, ja gut. Wenn schon die Leute in den Kommentaren bei Regis Vertretungs-Let's Play danach fragen, ob wir beide mal eine Runde aufnehmen können, dann machen wir das heute doch einfach mal. Und wir machen uns jetzt mal ein kleines Festungsspiel, heißt praktisch ich gegen, ähm, ja, Julian. Und ja, mal gucken, wer von uns beiden den anderen wrecken wird. Ja, und man sollte dazu sagen, wir haben heute Spezialmodus, nur Granaten, viele Kisten und ich kann extrem nervig werden. Okay, der erste Fail ist schon direkt am Anfang. Kein Festungsspiel, doch ein Deathmatch. Wollte ich gerade sagen, das ist aber jetzt keine Festung hier. Nee, halt eher das Anfang, war ja klar. Ach Gott. Beschwerst du dich jetzt schon direkt am Anfang? Kannst dich gleich beschweren, wenn ich dich fertig gemacht habe. Ja, ja, also du mich fertig machst hier. Ach, deine Würmer, die sitzen aber auch schön da unten. Ja, ich würde sagen, die sitzen richtig, richtig toll. Ähm. Ich habe ja keinen, der gut sitzt. Also Bart und Homer sitzen da unten ja echt richtig gut. Weil es der einzige, der einigermaßen in Ordnung ist, ist der auf der Wassermelone. Ach, da ist ja nur, naja. Magneten. Ah, Glück hat der Kerl auch noch. Oh, der Magnet kommt nicht zu mir. Und er kriegt wieder die Kisten. Nee, ich habe keinen Bock mehr. Ach komm, sonst ist es Zero. Was denn du es lässt? Oh, Gott. Damn it. Ja, das ist halt das, was mich so ankotzt. Entweder kriegst du die Kisten und wenn... Äh, entweder kriegst du die Kisten. Und wenn Zero nicht da ist und Kisten zu bekommen, dann bekommst du sie. Das Spiel mag dich nicht. Ich merke schon. Hast du ihm irgendwas angetan? Nein, eigentlich nicht. Ach komm. Mir kannst du es doch sagen. Was heißt Dreck? Passt doch. So wie das da ist. Ja, jetzt. Ich fing aber gerade nicht wegen der Weltgrenze. Na, so kommst du nicht. Nee, leider nicht. Kannst dir noch einen Runterrutschschutz machen da unten. Ja, ich dachte, du sagst, es ist das andere. Kannst doch gerne direkt ins Wasser springen, um mir die Arbeit abzunehmen. Nee, egal, vergiss es. Vergiss es etwa. Und der letzte Träger wird einfach irgendwo useless platziert. Nur damit da... Ja. Dass keine Granate reinkommt. Nee, einfach, dass die Runde aus ist. Ich hab das... Ach, der Magnet, dieser Alter. Magneten und Feuer, sie ziehen sich magisch an. Nein, sie ziehen sich magnetisch an. Ha, 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 ha. No, wie schön ist das denn hier. Du bist so eine miese Ratte. Alle, jetzt kommt doch noch genau der Wurm dran. Nee. Nee, einfach nee. Echt nicht. Komm, ich spreche dich selber irgendwie. Das schaffst du. Was ist das? Ich bin mir sicher. Ich bin auf Flug. Oh, der Magnet geht wieder. Ach Gott, dieser scheiß Magnet in der Mitte. Okay, mein Papi. Hallo? Versteigen! Ja, okay, da kann ich mit leben. Da kann ich mit leben. Und mit sterben. Nee. Wirklich. Ja, doch. Reiche. Reiche. Ja, vielleicht. Reiche. Ach, du nimmst mir sogar die Arbeit ab. Hallo, was ist denn? Ich bin mir sicher. 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 Ach, wie schön. Dieses Spiel muss ich hassen. Dieses Spiel muss ich hassen. nicht einfach... Ach, oder? Oh, oh. ...druck in dein Loch. Oh, den du hast. Das wärst du beruhnen! Alter. Ach. Du hast da aber so einen richtig schönen Sprung. Was? Wir wissen beide, dass der Wurm, äh, vor deinem Dran sein wird. Hahaha. Wer da nicht vorher schon gestorben ist. Hallo? Ja, wir müssen... Bitte kommen, großer Vogel! Ach, der kommt dort sogar raus. Verkacken, wer der. Bitte Überraschung! An was erinnert dich das? Man, es ist zu steil! Ha, der Wurm geht steil! Okay, ich weiß ja was schlecht. Na ja, muss man dazu sagen, Zero Nugget und ich, wir spielen das gerne privat meine Runde Wurms. Aber da kommt's gut und gerne immer vor, dass ich einfach die komplette Rundenzeit hier rumstehen und versuche irgendwo hochzukommen. Na komm, tu uns das nicht an, bitte. Nee, das kann ich jetzt nicht bringen. Aber wenigstens ist jetzt kein Zero hier, der die ganze Zeit die Kistenfrau ausgeliefert bekommt. Ja, jetzt bekommst du ja gut. Wow. Oh, ja, komm schon, das muss reichen. Nein, tut es nicht. Man, ich habe heute halt auch echt kein Glück. Nachschub ist eingetroffen! Kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, komm, schweiß dich zu mir runter ins Loch, ist okay. Was ist das? Ah, du guckst alles zurück. Ah! Du, du musst vermischt werden. Verschwinde! Ich habe die Kistenfrau verordnet. Ich bin ersteig. Oh! Ach, ich bin ersterklang. Ach, nö. Ja, geht der Scheiße wieder los. Ja. Ja. Hallo? Verstecken! Du hast dich anstecken lassen. Wie bist du hier rübergekommen? Gute Frage. Mich wundert so, dass du das beim Wurm gerade überlebt hast. Hallo? Ja, Herr? Weil da wo das Feuer jetzt ist, wäre ich gestanden, wenn ich mich nicht bewegt hätte. Wäre ich wahrscheinlich noch runtergefallen, auch noch. Echt jetzt, die geht nicht hoch. Danke! Guck mal, was ich bekommen habe. Ich bin tot! Oh, Armageddon würde ich auch annehmen. Verschwinden! Du nervst, Mann. Ich werde dich schon noch vernichten. Du kannst Giss drauf nehmen. Dafür brauchst du schon ein bisschen mehr Glück. Ich kann nichts mit Glück betonen. Oh doch, bei dir sowieso. Schön. Warte, warte, kann das ja? Ja, ja, ja. Bitte, bitte, bitte. Die sind so gut. Echt? Zurück in deine Löcher. Es... Nee. Nee! Einfach nee! Kann doch nicht wahr sein hier. Hallo! Yes, sir! Aber wir kriegen wieder eine Kiste. Oh, Mann. Maaan... Ja komm, hüfff. Verkackst du's eh. Ich weiß es. Ich hab ne bessere Idee. Ja, jetzt kommen wir zum Bohrer oder... oder... Funkebombe oder sonstiges. Das ist doch jetzt ein schlechter Witz gerade. Das ist doch jetzt ein schlechter Witz nur einmal getroffen. Hahahaha. Hahahaha. Schöne Aktion. Ach man. Richtig schöne Aktion war das. Hahahaha. Boah. Da kann ich ja voll mit leben. Bitte kommen, großer Vogel. Nett mal Classical auch... Ja, definitiv. Oh Gott, warum springt ich das scheiß Ding so? Hahahaha. Hahahaha. Mein Glück ist mir hold. Auf Feuer. Ja gut, an die Kiste geh ich glaube ich nicht ran. Hallo. Yes sir. Und die hol ich mir aber noch. Oh ich glaube das ist fast noch... Schlechter... Im... Im... Vom spielerischen Können her als der auch noch von Regen ist. Ein Meter. Hilfe. Oh. Ja, full Granate. Jaaa. Hey, komm ich nicht weiter an. Schlechter. Ich hoffe Regi ist mir nicht gut. Jaaaa. Ich glaube das Spiel ist auch noch ein bisschen zu laut. Ich stelle das Spiel mal ein bisschen leiser. Ja, ja, mach das, bin sowieso ich dran. Mach alles gekommen. Hm, das ist natürlich auch schön. Wow. Dann müssen wir es woanders leiser stellen. Hm, hohoho, okay. Ich glaube ich will nicht wissen, was du bekommen hast, oder? Du weißt, was ich bekommen habe. Hast du kurz zugeschaut oder umgestellt? Ich war gerade in Windows gewesen. Oh, das ist so doof für dich. Das ist sehr doof für dich. Haha. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, die Kiste kriege ich noch. Den verlässt du dein Glück auch nicht, ey. Die Kiste bekomme ich noch. So. Das eine oder andere coole habe ich noch. Ich muss mal schauen, wie und wann ich's nutzen kann. Ja! 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 Ah, der fliegt bestimmt, oder? Ne, der fliegt nicht. Aber er sitzt unten und kommt nicht mehr weg. Oh Gott, ich hab so ne üble Befürchtung. Nachschub ist eingetroffen! Ich hab so ne üble Befürchtung, dass er mein Opa im Hintergrund mit nem Rasenmäher hört. Hallo! Befürchtung! 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 Perfekt! Perfekt! Nein! Ach, verdammt! Ach, verdammt! Reinigungsgericht! Wir sind gekommen! Ah! Mann, Zero! Eines Tages! Ich bring dich noch irgendwann um! Ich hoffe, man hört etwas weniger. Ansonsten tut mir so viel leid und was hat er gerade gemacht, was ich nicht gemerkt hab. Da oben waren zwei Kisten gewesen über Nougat. Ja? Ich hab mir die beiden Kisten geholt. Die eine mit vorwärtslaufen, die andere mit nem Rückwärtshalte. Der Rückwärtshalte ist nem Köpfer gelandet. Hallo? Nein! Verwärts! Ja! Oh, komm! Feuer! Ah, hätt's auch mit den Winzen runterholen können. Nee! Ich bleib da oben sitzen! Hallo! Yes, Sir! Mann, das ist ärgerlich. Ach, ich mach nicht jetzt fertig! Ich weiß, er könnte den ganzen Tag überrasen. Nein, er muss es genau jetzt machen, wo wir am Aufnehmen sind. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist das? Komm! Tschüss! Hallo! Hi, Sir! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, die Maske wird dazu passen, ne? Und alle die alten Produktionen werden wir jetzt schon verstehen. Hallo? Mein Helm passt dazu aber auch irgendwie. Ne, ja doch! Aber meine Maske passt irgendwie besser, finde ich. Ja, schon irgendwie. Ja. Ich krieg nur mit. Na hoffentlich war es ne Mine gewesen oder was anderes Unnötiges. Ich hab jetzt schon zwei Kissen aufges... also in zwei Kissen war eine Mine. Ich viel weiß, was es dir geben muss. So richtig unnütz. Aber ich hab noch zwei coole Sachen auf Lager. Denkst du, du kannst durch das Loch durchwerfen? Ja, da treffe ich immer meine eigenen, was mir grad aufgefallen ist. Oh, nicht unbedingt. Wenn du es genau timest mit einer Sekunde, kannst du sogar meinen treffen. Du bekommst mich nicht dazu, dass ich den durchwerf. Mach ich vorher das. Cool, jetzt komm ich auch da rüber. Mit ein bisschen Glück brennt es sich durch bis zum Feuerfang. Mit ein bisschen Glück ist mein Wurm Feuer dran. Oh, ich glaub da war eben... ja, da war eben das. Der war... lol. Wie ist das Feuer da runtergekommen? Wie wo da runter? Ja, schau mal rechts von meinem Wurm. Bei dem Magneten, das Feuer, unten in dem Loch. Mh, Wind. Da bei dem Schuh, oder was das ist. Ja, aber ich war doch da gerade ganz oben. Ah, irgendwie nix schönes dabei. Dir fällt's nicht mal auf. Was sollte mir denn auffallen? Wenn du in dein Inventar schaust. Dass du was geklaut hast? Ja. Ich weiß noch nicht mal was du geklaut hast. Ich hab's ne... Eben. Das ist ja das. Hallo? Verstanden! Ja! Das ist ja das, was gerade... Das ist das, wenn man reden und spielen nicht gleichzeitig kann. Tja, sollte man wohl üben. Wenn man sich über den Kopf ausführen kann. Oh, oh! Oh, Hallöchen, ne Süsser. Ja, hallo! Ja, hallo! Der drüben ist eingetroffen! Hallo, flammeln! 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 ja mit dem mit dem die Paragraph ein Mann wer hätte ich meine Positionen gehabt ich hätte ich so weggerackt alter ich kann es nicht mehr abstellen ich bin doch schön wie meine Stahlträger an der Seite wieder verpackt ja gut wir sind übergegangen zur dunklen Seite ja die haben wohl bessere Kicks als wir okay natürlich kann die ganzen Kisten aufsammeln so und jetzt schauen wir mal was wir machen mit ein bisschen Glück ne ich glaub's nicht hat Dynamit immer fünf Sekunden ja lauf um dein Leben für mir zumindest mal nur dass es auch weniger wird ich glaub ein Schaden hat's gemacht da oben sammeln sich die Kisten bei der Mine hallo scramble scramble keine Arme keine Kekse aber schön wie gut wenn du da unten bist er kann halt nur seinen eigenen Wurm treffen so schön so komm ich wenigstens die nächste Runde da raus er hat seinen eigenen Sohn getroffen er hat seinen eigenen Sohn getroffen ach ich hab sogar noch getroffen nein nein oder da kommt noch das Feuer runter ne kann nicht sein nein ich sag den Satz jetzt nicht was willst du sagen nein bezüglich 88 nein nein Reinforcements schenk dir den Rest ach ich versuch's mir abzukwühlen ne was wolltest du auch komm weiter und runter mit dir ich hab's dir eingetellt Hallöchen ja egal du bist unten ja oh Spiel ja welch eine Befriedigung ich warte dir dir nicht zu bewerten ich werde dich nicht zu bewerten ja ich werde dich nicht zu bewerten ja wenn sie explodieren befriedigen möchte ich aber hello ja Herr he 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 das schöne ist ja wir brauchen uns gar keine großen Gedanken machen wie viele Runden wir jetzt aufnehmen weil in dem Modus eine Runde sowieso mindestens eine halbe Stunde dauert oder so ja ja So gesehen schon, irgendwie. Beziehungsweise kann es sein, dass du gerade Deffen umgestellt hast, weil wir spielen jetzt noch nie im Leben 23 Minuten. Doch. Also wir spielen bis jetzt 21 Minuten. Echt? Ja. Oha. Krass. Okay, Saden-Deffen scheitert dann sowieso alles. So was Ähnliches. Also Babo und Aroma. Boah, ne, das funktioniert nicht. Allerdings könnte mit ein bisschen ganzem Glück und natürlich Skill das funktionieren. Jawoll, das funktioniert. Was hat denn das mit Skill zu tun? Also ich muss es schon bitten. Attacke! Uh! König! Nolo, wir haben unten im Loch. Ja! Na, warte nur ab. Jetzt kriegst du noch zurück. Super! Nachschub ist eingetroffen! Hallo! Natürlich ist der jetzt unten im Loch dran. Keine Arme, keine Kekse. Komm schon. Das muss doch gehen! Nein, das geht nicht. Das hat zu gehen, wenn ich das sage. Das geht nur, wenn mal ich bin und so hart am rumhecken ist wie gestern in der Runde mit der Lava. Oh Gott, wie ich da noch hochgekommen bin, Alter. Meinst du, wo du, äh, fast zwei Minuten gebraucht hast, um da hochzukommen? Ja! An diese beschissene Stelle. Hab ich hier noch... Wo Sierra mich eingesperrt hatte. Ja! 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 Das wäre doch so schön gewesen! Du bist froh! Ach, was? Ich mach dich noch fertig! Du kommst doch nicht mehr raus. Du kommst doch nicht mehr raus. Jetzt bitte lass den rechten Wurm dran sein. Jawoll! Hallo? Das ist doch... Das ist ne Verschwörung! Ich sag's euch, Leute. Nicht Verschwörung. Aber doch. Willst du beraten, was ich hab? Ne Mine! Ja. Okay, damit kann ich arbeiten. Der Kerl kommt aber auch bestimmt den besten Stoff gerade. Ja, bester Stoff würde ich nicht sagen. Aber der Stoff ist auf jeden Fall mal nicht scheiße. Wow. Warte! Ach, packst du mal wieder deine Skills aus, hä? Ja! Der Schub ist eingetroffen! Hallo! Scramble! Scramble! Perfekt! Perfekt! Ja, jetzt kriegt er die Kisten. Alles klar. Du musst dich beschweren. Du hast eben so viele Kisten bekommen. Ich hab gerade eben zwei Kisten bekommen. Und eins davon war eine Mine. Ja. Egal, ich weiß nicht, wenn du so besitzen. Soll ja auch mal zum Einsatz kommen. Ja. Das wärst du bereuen! Macht man sich genauso viel Schaden wie eine Granate. Ja! Ein Schaden weniger! Oh, die bekommen... Keine Ahnung! Ja, gut! Du bist ein großer Vogel! Was? Du hast erzählt der Spruch. Keine Arme, keine Kekse. Wirklich. Nee, das zählt sogar ich denn, dass es unmöglich ist. Ja, einzig ist der erste Weg zur Besserung. Und dann kommt meine Angelegenheit. Und dann kommt die Besserung. Ja, ich hab's dir eingezahlt! Oh, leave me alone! Oh, leave me alone! Oh, leave me alone! Na, schu ist eingetroffen! Ich bin mir gespannt wie er gewinnt, weil das wird das dann definitiv entschieden. Das weiß ich jetzt schon. Oh, scramble! Scramble! Danke. Ja, bis der kommt dran. Kommt der da dort? YOLO? Ja, musste ja wohl. Verdammt! Ich sag's euch Leute, YOLO funktioniert nicht. YOLO ist ne ganz scheiße Idee. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Das wär echt deprimierend für mich. Wenn ich du wär. Zu Anfang hat das Spiel doch noch mir geholfen. Wieso nur? Wieso? Und immer weiter runter. Ich komm noch aus dem Loch raus. Glaub's mir. Dann kommst du denn nicht raus. Dann bin ich noch fertig. Nee. Glaub ich nicht. Ja, das Glück ist mir doch mal holt. Natürlich ist der falsche Wurm dran. Du kriegst Leben, Alter. Leben. Die bringt dir gar nichts. Gumbel, Gumbel. Die Sprüche von denen sind echt der Hammer. Guck mal. Oh. Da wird jetzt ein Zero. Echt. Echt. Hallo, Schönheit. Na, komm ich da noch ran? Nee, da komm ich nicht ran. Verdammt. Das ist einfach so ein richtiger Classic Zero. Aber 100 pro. Hm. Pro. Nee, nee. So lieber nicht. Nee. So dürfte das. Könnte wieder knapp werden. Nee, komm. Das war so ein richtiger Classic Zero. Das war so ein richtiger Classic Zero. Was ist noch? So, da kommt man da auch hoch. Ja. Ah, du nervst man. Verdammt. Ups. Ups. Verstanden. Ist es mir das jetzt echt wert, oder ist es mir das nicht wert? Ein Teleport. Bestimmt. Ich könnte drauf wetten. Nee, das ist es mir nicht wert, weil ich die Küste bekomme. Hallo? Okay, dann doch die Bunkerbombe. Komm weiter! Komm weiter! Komm weiter! Grenade! So. Oh, lebe ich allein! Nachschub ist eingetroffen! So. Was kommt jetzt? Der Lochwurm ist jetzt dran. Der Lochwurm. Was ist jetzt? Das ist so wie der Bär vom Loch und brummt. Ja. Nein! Nein! Geh doch da hoch! Geht mich! Geht nicht! Und von da kannst du nicht meine Granate werfen! Dumm gelaufen! Nein! Nix dumm gelaufen! Daneben dunkel gekrochen, weil das sind ja Würmer. Ach! Verzogen! Nein! Verzogen! Wieso nur? Wieso nur? Wieso? Schön! Verzogen! Ja! Wieso? Ja! Wieso? Wieso? Ja! Nein! 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 Warum? Oh nein! Ich hab die Augen nicht aufgemacht! Nein! Ja! Oh wie schön! Das kann nicht wahr sein! Hallo! Scramble! Scramble! Es kann nicht wahr sein! Ich hab den... Im Moment, wo ich geschnallt hab, war es zu spät. Das darf nicht wahr sein! Das darf nicht wahr sein! Oh Mann! Oh, ist das ärgerlich! Ah, das ist auch ärgerlich! Ach, ich hatte drüben eine Küste bekommen! Ja, hast du! Ich möchte mir helfen jetzt auf! Ah, du hast da auch eine bekommen! Ja, super! Bei dem Wurm der gerade dran war! Hallo? Verstanden! Oh! Ja! Jetzt bekommt ihr den ganzen geilen Scheiß! Ich schwätz nicht mehr! Ist es mir das jetzt für den Wurm wert? Ja, ist es nicht! Ah, bestimmt ne Holi oder so! Ja, natürlich ne Holi! Oh! Ist denn Wurm in Ruhe? Komm, ersaufe, Alter! Er saufe! Ja! Super! Nachschub ist eingetroffen! Na klar, die Wege nein! Ja, du bist tot da unten! Hm. Hahaha. 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 Alter, nee, ne. Nee. Die Skills hast du dir von Zero ausgeliehen. Das sind nicht deine. Ja, nee, ist klar. Ich glaub's nicht. Nee. Lauf ja nicht. Nein. Oh, ich hab ne Idee, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, ob das funktionieren tut. Hey, cool, das hab ich auch noch. Aber das ist schön. Funktionieren tut'n tun. Ja, funktionieren tut'n tun. Ja, wir haben so einen kleinen Dachschaden. Ähm. Ja komm, YOLO. Hä? Du weißt genau, dass YOLO nicht funktioniert. Ja doch, wenn ich YOLO sag, wer funktioniert YOLO. Nee. Ich hab sie eingezahlt. Doch, es hat funktioniert. Yeah. Double kill. Oh, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja. Genau das wollte ich und nichts anderes. Nachschub ist eingetroffen. Ja. Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Schiiiittt. Leben sind nicht gut. Nee. 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 Nein! Du hast gewonnen. Nein! 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 Oh Mann! Alter, ich hätte das doch gewonnen! Wisst ihr, das ist das, was ich am Anfang der Runde gemeint habe, wenn dein Glück wieder zuschlägt. Er hat nicht wirklich mehr Skill als ich, aber er hat immer so'n verdammtes Glück. Nee, nee, du hättest wahrscheinlich noch nicht mal sicher gewonnen, weil ich hab noch eine Superbunkerbombe, die ich von dir geklaut hab und ich hab noch Napalm auf Lager. Eine Superbunkerbombe hätte nichts gebracht. Die hätte ich eventuell weggesprengt, aber ich hab noch Napalm. Naja. Und die hätte ich, das hätte ich runterschwimmen können. Ich hatte ja noch nen Jetpack angehabt, mit dem wär ich eigentlich noch rüber geflogen aufs Festland. Da hättest du mich nicht mehr getroffen. Und umgebracht hast du mich mit 250 Leben auch nicht mehr. Naja. Egal, wie dem auch sei, die Runde ist beendet. Aber du hast es ja verstanden. Wir haben... Wir können das Ganze nochmal nächstes Mal, ähm, ja, wiederholen. Also wenn Zero mal wieder, äh, verhindert ist. Oder, wenn ihr Bock habt und sagt Bescheid, dann kann man auch sagen, äh, wie Zero das jetzt bei Regie auf dem Kanal macht, dass er einmal am Wochenende oder sowas aufnimmt und hochlädt. Könnt ihr das auch bei Zero machen? Ich denke mal, der hat ja keine Probleme damit. Müsst ihr halt kräftig in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wollt oder nicht wollt. Okay, also, ich verabschiede mich dann und Julien auch. Und wir sehen uns dann vielleicht demnächst nochmal, wenn ihr es wollt. Und wenn nicht, vielleicht nochmal irgendwann zur Vertretungsrunde. Wie dem auch sei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss. Ciao, ciao. 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 Ciao.